Der Gold Styler hat die Dualsohn-Technologie. Das heißt, auf jeder Seite der Platte ist ein Heater für die Wärmeregulierung von 185 Grad, die perfekt über die gesamte Platte herrscht. 185 Grad ist die optimale Styling-Temperatur, die das Haarkeratin im Haar erwärmt, ohne zum Schmelzen zu bringen. Somit haben wir super langlebige Styles und optimale geschützte Haare.